Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange. Wir sind jetzt an dem Leuchtturm an dem wir in unserem Traum schon waren. Und ich würde sagen, bevor wir zu Chloe gehen, gucken wir uns hier ein wenig um. Flora und Fauna von Arcadia Bay und Du. Hallo Naturliebhaber, Origons. In diesen Wäldern findet ihr eine Vielzahl an Tieren, aber das heißt nicht, dass sie nach euch Ausschau halten. Bären, Schlangen, Kojoten und Wölfe können sehr gefährlich sein. Seid vorsichtig. Füttert keine Tiere im Wald. Bitte bleibt auf dem den Faden und fragt einen Ranger, falls ihr Hilfe braucht. Graffiti, füttert nicht den Bigfoot. Bleib weg, weißer Mann. Okay. Alles klar. Flasche. Leute können so die ganzen Spackis, die hier so die Umwelt verschmutzen. Okay, ich mein, jeder hat schon mal irgendwie was einfach weggeschmissen in die, auf den Boden oder so. Ich auch. Ja, das hat jeder schon mal gemacht. Aber, das heißt nicht, dass ich es gut heiße. Das heißt nicht, dass man es machen sollte. Wenn ich mein Schild angucken, na, steht denn da? Use, caution on... Trail, dangerous... Drop-offs? Steht da... Drop-offs. Ah. Okay. Hör mal eine Nachricht von Warren. Tchiu. Ah, alles klar. Ja, dann Max, dein Ritter in strahlender Rüstung hier. Ich weiß, du sorgst dich um mich. Ich schulde dir was. Danke für heute. Rufe dich später an. Okay, versprochen. K.B., du musst mir noch dein großes Geheimnis erzählen. K.B. Gleich keck? Was ist das für eine... Ja, Vögel sind so frei. Das ist so schön. Was ist denn Chloe eigentlich hin? Haiku. Haiku. Alles klar. Oh. Oh. Ah, so. Sorry, ich musste mich kurz ein wenig anders hinsetzen und mein Mikrofon ein wenig richten. Das habt ihr wahrscheinlich auch gehört. Okay. Karte. Wowzer. Chloe drew that to mark our tree for it. So we'd always be able to find each other in case of emergency. Ha. Mein Mikrofon ist irgendwie immer noch nicht richtig. Hab ich das Gefühl. Also ich fühl mich grad nicht so wohl, wenn ich das Mikrofon so hab. Naja. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Eigentlich schon einigermaßen. Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. I never made it. Ah, ist nicht schlimm. Partys sind cool, aber Alkohol ist nicht alles, Leute. Alkohol ist... Oh, da ist Chloe. Ja. Keine Lösung für irgendwas. Okay, niemandem vertrauen. Alles klar. Noch mehr Graffiti. Hier ist Fußabdrücke. Das sind sicher nicht große Fuß. Was für ein Kind ist das, Prinz? Ich würd jetzt eigentlich auf so... Das sind Tatzen oder so... Also so... Äh, Pfotenabdrücke. Deswegen würd ich auf so'n Wolf oder Fuchs oder so... Irgendwie... An so'n Wolf oder n'n Fuchs denken. Natürlich sind die Bigfoots überall. Das ist eine tolle Mannschaft. Soll ich jetzt in den Leuchtturm gehen? Wat meint er? Oder soll ich lieber zu Chloe? Ich guck erstmal noch hier draußen. Was es hier alles so gibt. Vorne ist, glaub ich, nichts mehr. Kann ich hier noch hinten lang? Nein, natürlich nicht. Na, ich geh jetzt noch nicht zu Chloe. Ich geh erstmal kurz in den Leuchtturm. Ach, ich kann auch gar nicht rein. Okay, dann gehen wir zu Chloe. Hey, Chloe. Ansehen. Kann ich jetzt n' Bild machen? Oh, schade. Ähm, Vergnügen. Ähm, du-du-du-du-du-du. Er hat Kate Bild angemacht. Er hat eine Art Schild. Er hat eine Art Schild. Er hat viele Zeichungen. Rambo still thinks er ist gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Well, ja. Ich kann nicht auf es. Never change. Was hast du? Verrückte Fotos von Kate Marsh. Other Blackwell-dub. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He's a total surveillance fetisch. Wohre, there's spy cams in the house. I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He's so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Oh. What's Nathan's secret? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. How much do you owe? Three grand plus interest. And before I could get a chunk of that from Nathan, he dosed my drink with some shit. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Ich glaube, ich würde beides sagen, Alter. Ich bin so faszinierend, ich kann nicht even sprechen. Was hast du dann gemacht? Ich habe gedacht, ich würde ihn bezahlen, um mich zu halten. So wir waren in der Bühne. Und er hat eine Schraube gebracht. Das war Nathans letzte Fehler. Ich bin so faszinierend, Chloe. Nicht nur für dich. Oh, gut, dass du den Prinzip bemerkst hast. Ich fühle mich sicher. Ich werde nicht immer da sein, um dich zu retten. Du warst hier heute, Max. Du hast mich geholfen. Ich bin noch immer auf das. Verrückst du nach all diesen Jahren fühle mich wie... ...Destinie. Wenn das ist, ich hoffe, wir können Rachel finden. Oh, Gott. Oh, nein. Jetzt kann ich mich nicht mehr. What? Alles klar. Warum bin ich hier wieder? Warum bin ich hier wieder? Ich muss mich entschuldigen, dass meine Cam halt dunkel ist. Aber... Ich kann halt... ...kein Tagessicht reinlassen, denn es ist schon dunkel gewesen. LOL! Kann ich hier nicht unterdurch? Hallo? Kann ich... Achso, ja klar, macht Sinn, ne? Okay, ähm, ja, ich hab halt nur diese kleinen Lampe da an, ich kann halt nicht ne größere Lampe anmachen oder so, beziehungsweise ich will's nicht, weil mir das Licht dann komplett in die Augen blendet. Okay! Dieses Reh lenkt uns irgendwo hin, ne? Oieieiei, dieser fette Dornade schon wieder, Alter! Oh mein Lord! Der Tornado ist zurück! Shit! Okay! 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 Oktober 11? Is this Friday? That's only four days away! Oh no! The Tornado ist headed straight for the town! Chloe! You're here! I'm back! Oh my Lord! This is real! It's real! Oh man, this sucks! Max, what's going on? You totally blacked out! I didn't black out! I had another vision! The town is going to get wiped out by a tornado! Oregon gets about 520 news every 20 years! You just zoned! No! No! I saw it! I could actually feel the electricity in the air! Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy! But there's something else I have to tell you! Something hardcore! Talk to me, Max! I had this same vision earlier in class! When I came out of it, I discovered I could reverse time! Like I said, not crazy! But high, right? Listen to me! How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure! I saw you get shot, Chloe! Saw you actually die! I was able to go back and hit the fire alarm! Okay, I see you're a geek now with a great imagination! But this is an anime or a video game! People don't have those powers, Max! I don't know what I have, but I have it! And I'm scared shitless! You need to get hot! It's been a hell insane fucking day! What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees! How? Climate change! Or a storm is coming! Max, start from the beginning! Tell me everything! We played, hiding, sick in waterfalls! We were younger! We were younger! We played, hiding, sick in waterfalls! We were younger! We played, hiding, sick in waterfalls! Jo, man hat Bonn kommt aus dem Wohnwagen raus! We were younger! We played, hiding, sick in waterfalls! We were younger! We were younger! Someday, we will foresee obstacles! Through the blazer! Through the blazer! I think that was it with the first episode, guys! Christelles Errungenschaft! Ja! Das war die erste Episode! Life is strange team! Game Director Renew! Ich muss das jetzt nicht legen... Ah, ok! Nice! Du hast Nathan gemeldet. Hm. Du hast Victoria getröstet. Das haben auch viele... Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so viele wirklich machen. Hui. Welches Verstück? Welches Verstück? Okay. Das hatte ich auch erwartet, dass das mehrere wählen. Aber das hier... Hä? What? Daniel ein Porträt zeichnen lassen. Was? So viele wollten das nicht? What? So viele... Warum haben denn so viele nicht ihre... Und was? Okay, ist da geholfen? Alles klar. Das haben auch ganz viele nicht gemacht. What? Also mehr als die Hälfte halt. Ganze gegossen. Okay. Ah. Ich hab Dana's Tast nicht angefasst. Okay. Victorias Fotos nicht angerührt. Konnte da rausschreiben? Lul. Wie kann man den retten? Ohne Witz, Leute. Wie konnte ich diesen Vogel retten? Ich hätt das gern gemacht, aber ich konnt's ja nicht. Ist, glaub ich, Schneekugel nicht zerbrochen. Stimmt, ich hab ja zurückgespult, oder? Ja. Du hast beim Duschen... Äh, durchs... Duschen, was? Durchsuchen von Davids Sachen. Spuren hinterlassen. Das war ein bisschen unlucky, ja, dass ich das nicht zurückgedreht hab. Das war halt dumm. Aber naja. Du hast Davids Akten gelesen. Ergebnisse von Freunden. Ja, ich hab nur einen, der... Also... Nur Julian hat bisher... Ähm... Life is Strange gespielt, meinte er. Hier hat er gar nichts gemacht. Okay, er hat auch Nathan gemeldet, auf Ignorier getoistet. Hier hat er gar nichts gemacht, wie's aussieht. Okay. Hier hat er auch nichts gemacht. Das macht ja keinen Sinn. Na ja, das Spiel ist noch nicht durch. Okay, alles klar. Haha. Oder? Nee. Alles klar, okay. Ist interessant. Das ist cool, dass man am Ende nochmal so eine Übersicht kriegt. Finde ich. Ist mega nice. What? Ja, ich hab die Episode. Äh... Gut, Leute. Dann würde ich sagen, hier im Hintergrund, äh... Hier im Startbildschiff, meine ich. Ähm... Ja. Sehen wir uns erstmal beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat die letzte Folge des ersten... Der ersten Episode gefallen. Und... Ja. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut... Da rein. Ja. Ja.